Norwegen oder Königreich Norwegen ist ein Staat in Nordeuropa. Norwegen liegt auf der skandinavischen Halbinsel und grenzt im Osten an Schweden und im Nordosten an Finnland und Russland. Die Wirtschaftszone Norwegens grenzt in der Nordsee im Süden an Dänemark und im Westen an Großbritannien. Norwegens Staatsform entspricht der einer konstitutionellen Monarchie mit stark parlamentarischen Zügen. Das Königreich ist als dezentraler Einheitsstaat organisiert. Das Land ist unter anderem Mitglied der NATO, des Nordischen Rates, der OECD, der EFTA und der Vereinten Nationen. Der Index für menschliche Entwicklung der UN stuft Norwegen seit vielen Jahren als das weltweit am weitesten entwickelte Land ein. Darüber hinaus ist es laut dem Demokratieindex der britischen Zeitschrift The Economist der demokratischste Staat der Welt. Geografie Binnenland Die Längenausdehnung des Landes ist beträchtlich. Die Luftlinie von Christian Sand im Süden nach Hammerfest in der Nähe des Nordkaps beträgt 1572 Kilometer, also 43 Kilometer mehr als die 1529 Kilometer von Christian Sand nach Genua am Mittelmeer. Die Grenze zu Schweden ist 1619 Kilometer lang, die zu Finnland 727 Kilometer und die zu Russland 196 Kilometer. Geologie landschaftlich ist Norwegen geprägt von gebirgsmassiven und kargen Hochebenen, den Fjells. 26 Gipfel liegen über 2300 Meter. Die höchste Erhebung des Festlandes ist der Galtorping mit 2469 Meter. Er liegt im Gebirgszug Jotunheimen. Der Untergrund Norwegens besteht größtenteils aus alten, harten Gesteinen aus Silur, Cambrium und Eozoikum, deren Faltung besonders lange zurückliegt. Die Oberflächenmodellierung geschah vor allem durch die Vergletscherung in den Kaltzeiten. Die bekanntesten eiszeitlich entstandenen Landschaftsformen sind die Fjorde an der Küste. Auf gleiche Weise sind die meisten Binnenseen entstanden, sind also Fjordseen. Manche tragen Fjord im Namen. Größter Binnensee ist der Mjosa mit einer Fläche von 365 Quadratkilometer. Wie der Oslofjord ist er nicht rein glatzialen Ursprungs, sondern Teil eines Grabenbruchs. Die jüngere Erosion durch Fließgewässer ist vergleichsweise gering. Daher gibt es viele Stromschnellen und hohe Wasserfälle und die fischreichen Flüsse fließen durch zahlreiche natürliche Seen. In den unteren Höhenlagen gibt es verschiedene Formen von morenen Hügeln, unter anderem die durch Schmelzwasser angeschütteten Aserflüsse. Der längste Fluss des Landes Glommer ist 601 Kilometer lang und mündet bei Friedrichstadt in den Oslofjord. Ein kleiner Teil seiner Zuflüsse kommt aus Schweden. Das größte nach Schweden entwässerte Gebiet Norwegens ist der Einzugsbereich des Trusileva, der in Schweden Klarif heißt. Nördlich davon folgt die Landesgrenze nicht genau der skandinavischen Hauptwasserscheide, so dass kleinere Gebiete Norwegens in die Ostsee entwässert werden und kleinere Gebiete Schwedens ins europäische Nordmeer. Nicht zuletzt wegen der Gliederung der Flussläufe durch Seen tragen nicht wenige Flüsse in ihrem Verlauf mehrere Namen. Küste Die etwa 25.000 Kilometer lange Atlantikküste besteht aus vielen schmalen und tiefen Buchten, den Fjorden, mit denen das salzige Meer vielerorts weit ins Land reicht. Ohne sie wäre die Atlantikgrenze 2650 Kilometer lang. Ungefähr 150.000 Inseln umgeben das Land. Die oft fjordartig engen Meeresarme zwischen Festland und Inseln sowie zwischen Inseln untereinander tragen großen Teils Sund im Namen. Manche auch Fjord. Die wohl bekanntesten Inselgruppen sind Lofoten und Westeralen, beide nördlich des Polarkreises gelegen. Beiden Gruppen zugerechnet wird Hinoja mit einer Fläche von 2204 Quadratkilometer Norwegens größte Insel in Küstennähe. Wie für ein bergiges Land nicht anders zu erwarten, sind große Teile der Küsten felsig. Nur an geschützten Stellen gibt es etwas Sandstrand. In einigen Küstenabschnitten gibt es außer hoch aus dem Wasser ragenden Inseln felsige Scheren, die sich kaum über die Wellen erheben. Gezeiten Das Verhalten der Gezeiten unterscheidet sich deutlich von dem an den südlichen und westlichen Küsten der Nordsee. Die Südwestküste Norwegens liegt in der Nähe eines Amphidromizentrums. Hier ist der Tidenhub gering und die Reihenfolge des Tideneintritts an verschiedenen Orten schwankend. Östlich davon am Skagerag ist die Bewegung der Tidenwellen gleichmäßiger, aber der Tidenhub ebenfalls gering. Nördlich von Bergen ist der Tidenhub größer und es gibt eine eindeutige Bewegungsrichtung von West-Norwegen in Richtung Barentssee. Da das europäische Nordmeer im Unterschied zur flachen Nordsee die Tidenkinetik eines Ozeans hat, wandert die Tidenwelle sehr schnell. Der Zeitunterschied zwischen den Pegeln im Verhältnis zu ihrem Abstand bis zum Nordkap ist deutlich geringer als beispielsweise an deutschen Küsten. Weiter entfernte Inseln zum Königreich Norwegen gehören neben dem kontinentalen Hauptland die im Nordatlantik bzw. im Nordpolarmeer gelegene Inselgruppe. Spitzbergen mit der Bäreninsel sowie die Insel Janmeyen unter norwegischer Verwaltung steht zudem die Buwe-Insel im Südpolarmeer. Sie gilt nicht als Teil des Königreichs Norwegen, sondern als abhängiges Gebiet. Zwei Gebiete südlich des 60. Breitengrades werden von Norwegen jeweils als Bieland beansprucht. Sie sind als norwegisches Hoheitsgebiet international nicht anerkannt. Es handelt sich um die Petai-Insel im Südpolarmeer und das Königin-Maut-Land in der Antarktis, einen Sektor des antarktischen Kontinents zwischen 20 Grad West und 45 Grad Ost. Städte und Ballungsräume Neben Oslo hat Norwegen vier weitere Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Es sind Bergen, Trondheim, Stafanger und Berum. Große Ballungsräume sind die beiden Städte Friedrichstadt und Sapsborg mit gemeinsam über 132.000 Einwohnern, sowie Drammen mit Teilen der Gemeinden. Lier, Nedre Eika und OVRE Eika mit über 100.000 Einwohnern. Klima in Norwegen trennt der Gebirgszug der Skanden den schmalen, humidgeprägten Küstenstreifen im Westen vom Kontinental geprägten Klima im Osten. Norwegens Westküste hat für seine nördliche Breite ein ausgesprochen mildes und feuchtes Klima. Der Grund dafür ist der Nordatlantikstrom, der relativ warmes Wasser aus niederen Breiten bis weit nach Norden strömen lässt. Die Küste bleibt deshalb den gesamten Winter über weitgehend eisfrei. Die mildernde Wirkung des Meeres ist bedingt durch auflandige Winde in den Lufttemperaturen zu spüren. Die vom Meer aufgenommene Feuchtigkeit regnet an der Westseite der Gebirge ab. So zählt die Stadt Bergen zu den regenreichsten Städten Europas. Im Lee der Gebirge sind die Niederschlagsmengen eher gering. Die Niederschlagsmenge nimmt von Süden nach Norden ab und ist entlang des gesamten Küstenstreifens im Mai deutlich geringer als im Herbst. Je weiter man ins Landesinnere kommt, umso stärker ist das Klima kontinental geprägt. Die Niederschläge nehmen ab, die Temperaturen sind im Sommer höher, im Winter dagegen deutlich niedriger. Die Temperaturamplitude ist hier also wesentlich ausgeprägter als jene an der vom Golfstrom beeinflussten Westküste. Lora Samenpflanzen und Fahne in Norwegen leben über 1300 Arten Samenpflanzen und Fahne über die Hälfte der Pflanzenarten gedeiht in Waldgebieten. Im Laubwald ändert sich der Lichteinfall auf dem Waldboden stark im Lauf der Jahreszeit. Daher befinden sich im Laubwald viele Frühjahrsblüher. Sie blühen schnell nach der Frostperiode und bilden die Früchte und Samen noch vor dem Sommer aus. Häufige Pflanzenarten der Krautschicht von Laubwäldern sind Im Nadelwald leben Pflanzen unter konstanten Lichtverhältnissen, da Nadelbäume ihre Nadeln nicht saisonal verlieren. Somit sind die Pflanzen am Boden ständig im unterschiedlichen Maße dem Schatten ausgesetzt. Darüber hinaus gibt es in Norwegen zwei unterschiedliche Typen von Nadelwäldern, den Fichtenwald und den Kiefernwald. Im feuchterem Klima des Fichtenwaldes wachsen mehr arktische Arten als im trockenen Kiefernwald. Häufige Pflanzenarten der Krautschicht von Laubwäldern sind Heidelbeere, Preiselbeere, Rauschbeere, Besenheide, Blauheide, schwarze Crenbeere, rundblättriges Wintergrün, kleines Wintergrün, Siebenstern, Imelampyrum, Silvaticum, Moosglöckchen, Waldsauerklee, Hainfeilchen und der seltene gelbe Frauenschuh. Im Hochstaudenwald sind häufige Arten Alpenmilchlöttich, Hainsternmeere, Hoher Baldrian, Verschiedenblättrige Kratzdistel, Breitblättrige Glockenblume, Trollblume, Akonetum, Septentrionale, Waldstorch, Schnabel, Ruprechtskraut. Häufige Arten in der Taiga sind Sumpfpost, Polemonium, Akutiflurum, Ranunculus, Laponicus, Alakabere, Lactiuka, Sibirica, Langblättriger Ehrenpreis, Talictrum, Raheriflurum, Talictrum, Minus, Sasb, Kemense, Thymus, Serpylum, Sasb, Ternasensis. In Norwegen existieren über 40.000 Seen und weit mehr Mur- und Sumpfgebiete. Viele davon liegen in Waldgebieten. Plätze, die ausreichend Nährstoffe zur Verfügung stellen und reich an Mineralien sind, weisen eine hohe Artenvielfalt auf. In anderen Gebieten mit wenig Nährstoffen gedeihen nur wenige Arten, diese dafür umso zahlreicher. Die Bruchwälder wechseln im Aussehen und ihrer Öökologie. Die meisten der Waldseen ohne Zu- und Abfluss sind dystrophige Wässer, in denen nur wenige Nährstoffe und wenig Sauerstoff vorhanden ist. Das Wasser hat eine braune Färbung und der Boden ist schlammig. Oft gibt es Torf an den Uferkanten. Andere Seen sind flach und bekommen all ihre Nährstoffe aus dem Regenwasser. Häufig entsteht dort Torf, da im sauerstofffarmen Moorboden keine Pflanzenreste verrotten können. Wenn aus den Bergen stetig Wasser einsickert, entsteht eine üppige Vegetation. Solche Gebiete wurden im Volksmund Heumure genannt, da die Bevölkerung früher das Gras erbärntete. Die großen Seen in Norwegen sind meist oligotroph. Das Wasser ist klar mit großer Sichttiefe und ebenfalls Nährstoffarm. Der Boden besteht aus Steinen, Kies und Sand. Hier herrscht eine andere Flora als in den Waldseen. Häufige Sumpf- und Wasserpflanzen sind Weiße Seerose, Gelbe Teichrose, Schildwasser, Hahnenfuß, Sumpf, Dotterblume, Moldebere, Sumpf, Blutauge, Rundblättriger, Sonnentau, Langblättriger, Sonnentau, Sumpf, Feilchen, Sumpf, Weidenröschen, Wechselblütiges, Tausendblatt, Tannenwedel, Gewöhnliche Musbeere, Rosmarinheide, Fieberklee, Glockenheide, Strauß, Blütiger, Gildweiderich, Sumpfläuse, Kraut, Gemeines Fettkraut, Wasserlobeli, Sumpfkratzdistel, Sumpfschwertlilie, Murlilie, Scheidenwollgras, Schmalblättriges Wollgras, Schwimmendes Laichkraut, Schmalblättriger Igelkolben. Flechten Es gibt über 12.000 Flechtenarten in Norwegen. Darunter beispielsweise, echte Rentierflechte, ebenestige Rentierflechte, Kladonia, Bellidiflorat, Blasenflechte, gewöhnliche Gelbflechte, Baummoos, Badflechten. Mose In Norwegen gibt es über 800 Arten von Mosen, die Mehrheit davon ist in Waldgebieten vertreten. Sie besiedeln zudem Moor- und Feuchtgebiete sowie langsam fließende, steinige Bäche und Flüsse. Das im Wasser am häufigsten verbreitete Moos ist das gewöhnliche Quellmoos, das bis zu 20 cm lang werden kann. In Moor- und Feuchtgebieten dominieren Torfmoose, von denen in Norwegen 25 Arten bekannt sind. Sie wurden früher als der Material für den Hausbau eingesetzt. Im Westlandet, wo ein feuchtes Klima eine lange Wachstumsphase ermöglicht, sind über 3 m dicke Torfmoorschichten bekannt. Wegen seiner Größe und des langsamen Wachstums sind Moose im Wald auf Standorte mit wenig Konkurrenz abgedrängt. So findet man sie auf Steinen, Holz, Sandigenhängen und Stein- oder Erdhügeln sowie in den dunkelsten Waldparzien. Im Heidelbeer-Nadelwald findet man etliche Arten der Gabel, Zahn- und Etagenmose, da sie nur wenig Licht zum Überleben brauchen. Beispielsweise, wie der Tonmose, Rachometrium ulyginusum, Braum hygrometricum, Pilze. Es gibt 10.000 Arten an Pilzen in Norwegen, wovon rund 6.000 im Wald beheimatet sind. Nur um die 2.500 Arten davon bilden im Herbst Fruchtkörper aus. Die Stielpolingsverwandten stellen die wichtigste Gruppe der holzabbauenden Pilze dar, von denen es in Norwegen über 300 Arten gibt. Diese Pilze verursachen in der Forstwirtschaft Schäden in Höhe von mehreren 100 Millionen norwegischen Kronen, da der Schaden meist erst beim Fällen entdeckt wird. Pilzarten in Norwegen sind beispielsweise, Birkenpolling, Zaunblättling, Rotrandiger Baumschwamm, nördlicher Zinnoberschwamm, Isemmelstoppelpilz, Schafpolling, echter Pfifferling, Trompetenpfifferling, Birkenrotkappe, Gemeinersteinpilz, Edelreizker, Reifpilz, Gemeines Stockschwämmchen, Stäublinge, Bevölkerung, Einwohnerzahl und Zusammensetzung. Die Bevölkerung des Landes verteilt sich mit 75% auf die größeren Städte und 25% auf die ländlichen Gebiete. Dabei ist signifikant, dass die Bevölkerungsdichte ein erhebliches Gefälle zwischen den relativ dicht besiedelten südlichen und westlichen Küsten und küstennahen Regionen und dem deutlich dünner besiedelten Norden des Landes aufweist. Neben dem relativ moderaten Nord-Süd-Gefälle zeigt sich ein deutlicheres Gefälle zwischen den stärker besiedelten Küstenregionen und dem Landesinneren mit kaum bewohntem Hochland und teilweise sehr dicht besiedelten Tälern. Im 20. Jahrhundert hat sich die Bevölkerung des Landes mehr als verdoppelt, von 2,21 Millionen auf 5,05 Millionen. Momentan steigt die Einwohnerzahl um ca. 65.000 Menschen. Neben einer der höchsten Geburtenraten Europas ist der Zuzug ausländischer Arbeitskräfte und deren Familien sowie zunehmend der von wohlhabenden, ausländischen Passionären für dieses Wachstum verantwortlich. In Norwegen lebt mit 60.000 bis 100.000 Menschen die größte Gruppe der Samen, ein Indigenes-Volk im Norden Finoskandinaviens. Die Waldfinnen, die Kavenen, die sogenannten Taterer, die Roma und die Juden haben einen Status als nationale Minorität inne. Am 1. Januar 2012 wohnten 655.170 Einwanderer in Norwegen, worunter Menschen verstanden werden, deren Elternteile beide im Ausland geboren wurden. Etwa 546.000 Personen wanderten aus dem Ausland an, 108.000 Personen wurden in Norwegen geboren. Der Anteil der beiden Gruppen an der Gesamtbevölkerung betrug 13,1 Prozent. Mehr als ein Drittel der Einwanderer besaß die norwegische Staatsbürgerschaft. Sie verteilten sich nach den folgenden Herkunftsländern. Polen 1,4 Prozent der Gesamtbevölkerung, Schweden 0,7 Prozent, Pakistan 0,7 Prozent, Somalia 0,6 Prozent, Irak 0,6 Prozent, Deutschland 0,5 Prozent, Litauen 0,5 Prozent, Vietnam 0,4 Prozent, Dänemark 0,4 Prozent, Iran 0,4 Prozent, Russland 0,3 Prozent, Türkei 0,3 Prozent, Beschäftigung Nach Angaben der staatlichen statistischen Zentralbüros in Oslo waren im vierte Quartal 2012 insgesamt 86.000 Menschen als arbeitslos registriert. Das entsprach einer Arbeitslosenquote von 3,2 Prozent. Diese liegt weit unter dem Durchschnitt der EU- und OECD-Länder. Im Verhältnis zum Juli 2009 stieg die Quote in Norwegen um 0,2 Prozentpunkte. Mit einer Quote von 6,0 Prozent sind die Einwanderer von der Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich stark betroffen. Wachstumsbranchen sind derzeit vor allem der Bereich finanzielle Dienstleistungen sowie der gesamte Gesundheits- und Sozialsektor. Die Bauwirtschaft wächst derzeit überproportional. In der Landwirtschaft arbeiten 3,2 Prozent, im Dienstleistungssektor 76 Prozent und in der Industrie etwa 21 Prozent der Beschäftigten. Norwegen weist aktuell einen erheblichen Fachkräftemangel auf. Um diesen Mangel zu beheben, werden gezielt EU-Ausländer als Gastarbeiter angeworben. Um die Attraktivität für ausländische Arbeitnehmer zu steigern, gewährt der norwegische Staat zahlreiche Starthilfen und finanzielle Anreize in den ersten 24 Monaten. Religion größte Glaubensgemeinschaft ist die evangelisch-lutherische Volkskirche. Sie wird vom Präses der Bischofskonferenz geleitet. Alle Einwohner Norwegens haben seit 1851 Dekar-Sekunden Recht der Freien Religionsausübung. Rund 10 Prozent nehmen regelmäßig an Gottesdiensten oder anderen religiösen Veranstaltungen teil. Mitglieder der norwegischen Kirche 74,3 Prozent, Muslime 2,7 Prozent, römisch-katholische Kirche 2 Prozent, andere Christen 4 Prozent, Buddhisten 0,35 Prozent, ohne Religionszugehörigkeit 13 Prozent. Stand im Jahr 2011 waren in Norwegen etwa 750 Judenmitglieder einer Gemeinde. Weltanschauungsgemeinschaften In Norwegen gibt es einen humanistischen Verband, den Humanitis-Vorbund. Eine Weltanschauungsgemeinschaft von nicht-religiösen und bekenntnisfreien Menschen. Der Verband wurde 1956 gegründet. Ende 2015 zählte er rund 86.000 Mitglieder, was rund 1,7 Prozent der Bevölkerung entspricht. Bildung Die Schulpflicht wurde in Norwegen 1739 eingeführt. 1889 wurde festgelegt, dass die Schulpflicht sieben Jahre dauert. 1969 wurde sie auf 9 und 1997 auf 10 Jahre verlängert. Die Kinder werden mit 5 oder 6 Jahren eingeschult. Der überwiegende Teil der Schüler besucht nach Abschluss der 10. Klasse eine weiterführende Schule. Diese ist geteilt in studienvorbereitende Schulzweige, die der gymnasialen Oberstufe entsprechen, sowie arbeitsvorbereitende Schulzweige, die einer Lehrstelle mit Berufsschulpflicht vergleichbar sind. Unterrichtsfächer in der Grundschule Norwegisch Englisch Mathematik Sozialkunde Kunst und Handwerk Wissenschaft und Umwelt Lebensmittel und Gesundheit Musikerziehung Sport Religionslehre und Ethik Informatik Zweite Fremdsprache ab der 8. Klasse Samische Schüler und Schülerinnen haben ein Recht auf Unterricht in Samisch, wenn sie in Samischen Gebieten leben oder wenn es Gruppen von mindestens 10 Schülern sind. Für Einwandererkinder im Schulalter muss der norwegische Staat in jeder Kommune kostenlose Sprachkurse anbieten. Für Flüchtlinge gibt es kostenlose Sprach- und Integrationskurse für Erwachsene. Studierende in Norwegen haben Anspruch auf einen Ausbildungskredit-Studielern. Es gibt ein umfassendes System für Erwachsenenbildung, das allen in Norwegen lebenden Erwachsenen offen steht. Statistik Sprachen Norwegisch ist eine nordgermanische Sprache, ZT, stark geprägt vom Mittelniederdeutschen. Die Schriftsprache teilt sich in zwei Varietäten. Etwa 85 bis 90 Prozent der einheimischen schreiben Borgmal oder Rixmal, ein Idiom, das als von verschiedenen ostnorwegischen Mundarten beeinflusste Variante des Dänischen anzusehen ist. Etwa 10 bis 15 Prozent schreiben Nenorsk. Diese Sprache, die bis 1929 als Landsmal bezeichnet wurde, ist seit 1885 als zweite offizielle Schriftsprache anerkannt. Sie wurde von Ivarasen aus den Dialekten des westlichen Teils des Landes geformt und wird heute vor allem an der Westküste, in der Fjordregion und in Teilen der Telemark verwendet. In der Schule müssen norwegische Schüler sowohl Borgmal als auch Nenorsk lernen. Als gesprochene Sprache spielen die Dialekte heute noch immer eine große Rolle. Neben Norwegisch werden von den nationalen Minderheiten noch Samisch und Quenisch oder Finnisch vor allem im Norden des Landes sowie Norwegisches, Romani, Romani und Jiddisch gesprochen. In den Kommunen mit überwiegend Samischer Bevölkerung ist Samisch seit 1992 Schulpflichtfach. Norweger lernen wahlfrei meist Deutsch, Spanisch oder Französisch und obligatorisch Englisch als Fremdsprachen in der Schule. Deutsch war bis in die 1950er Jahre wie im restlichen Skandinavien traditionell die erste Fremdsprache in Norwegen. Heute ist Englisch der Verbreitung nach die erste Fremdsprache, wo Deutsch und Spanisch als zweiter Fremdsprache und Französisch als dritter Fremdsprache. Englisch, Deutsch und Französisch haben einen offiziellen Status als primär Fremdsprachen und können zum Beispiel als Dissertationssprachen in allen Fächern an den Universitäten verwendet werden. Spanisch wird als zweite oder dritte Fremdsprache immer populärer.